Die Welt ist mein, der Rest ist dein, der Autorin Sabina Sidro. Ja, es ist sehr lebendig geschrieben, weil sie beschreibt ja eine Frau, ich habe den Verdacht, es ist autobiografisch, ich weiß nicht, ob sie das zugeben würde. Sie beschreibt ja eine temperamentvolle, lebenssprühende Frau, die ihr Glück bei Männern versucht, mit allen Tricks, die einer Frau zur Verfügung stehen. Und ich will auch den Schluss nicht verraten, aber es ist, also die Quintessenz aus allem ist, dass sie eben, dass eine Meinung, die ich auch immer vertrete, alleine zu lieben ist ein Geschenk. Wenn sich eine Liebe nicht erfüllt, dann ist es traurig, aber geliebt zu haben, ist eine ganz tolle Erfahrung und das entnimmt man diesem Buch. Und Ingrid van Bergen gefällt das, was sie hier zum Besten geben soll, außerordentlich gut. Eine Geschichte, die wir alle schon einmal erlebt haben, auch Autorin Sabina Sidro selbst. Also es sind einige autobiografische Sachen mit drin, klar. Ich glaube, eine Frau erlebt immer in ihrem Leben eine unglückliche oder unverteibte Liebe, ja, genau. Übrigens, der falsche Partner, nicht nur ein Frauenthema. Auch die Männer liegen in der Liebe, so dann und wann daneben. Model und Ex-Dschungelinsasse Nico Schwanz kennt das auch. Ja, mir ist es auch schon passiert, in die falsche Frau zu verlieben. Ich glaube aber, jeden anderen ist es bestimmt auch schon passiert. Man merkt es erst später, dass es der Falsche oder die Falsche ist. Ja, passiert halt. Also so ist das Leben. Das dachte sich wahrscheinlich auch so manch einer der Zuhörer. Und wie man bekanntlich weiß, steigt die Aufmerksamkeit mit den richtigen Genussmitteln immens. Und der Abend hat den Anwesenden sichtlich gut gefallen. Auch denjenigen, die eigentlich mit Büchern nicht so viel am Hut haben. Die Welt ist mein, der Rest ist dein von Sabina Sidro ist im Novum Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich.